So wie die Paxen wickeln. Ey, wir brauchen unsere Bomben noch für den letzten Boss, wenn diese Geschütztürme da wieder sind. Nein! Dumm. Ich musste da gar nicht hinschicken. Ja. Komm, 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 komm. Ja, 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 Zeit ist vorbei. So, komm. Ich stell mich auf die eine Seite und feuer und du auf die andere. Weißt du? Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Alter, damit wir weiterkommen mach ich jetzt ne Bombe. Ich auch. So. Kleiner Sack. So, jetzt ist es hier. Gleicher Status bei beiden. Ja. Jetzt wollen wir es sehen. Ey, das Problem ist, wenn die Messertypen da sind, dann werfe ich immer... Ah, fuck off! Dann werfe ich immer automatisch ein Lasso, nachdem ich die geboxt hab. Der war gut. Okay, ich weiß jetzt, wie ich das mache. Ja? Ja. Das ist ganz einfach. Im nächsten Mal schaffen wir es ganz bestimmt. Gut. Ey, wenn nicht, dann äh... Genau, wir müssen mehr springen, Deck. Ich sag's doch. Der ist einfach, der Bill Schirr. Ist das geil, ey, dass das in einer Ausnahme ist, ey, was ich da geil gemacht hab. Ja, so wie bei Sunset Riders. Ja. Noch 13 Sekunden! Boah! Oh, Deck! Ey, jetzt geht's ab! Boah, ey, jetzt gibt's nur noch Schläge von Deck. Oh nein, der hat nicht aufgepasst! Ja, dann lobt man ihn und dann... Wird man enttäuscht. So ist es meistens im Leben. Da! So, komm! Das ist nicht schwer, das ist nicht schwer! Nein! Natürlich nicht! Dumm haben wir uns angestellt! Das ist scheiße. Okay, noch einer. Ja, 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 das geht doch noch. Das ist doch nicht wahr. Schaffen wir aber jetzt. Ja. Ich brauche keine Leben. Ja, klar. Statt nicht mehr. Du nicht mehr. Das ist doch noch ein Leben. Komm, 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 komm. Oh, Baby, sauber, kaputt. Nein, aus, aus. Boah. Okay, okay, Konzentration. Oh, du kriegst erstmal eine Bombe. Ja, ist gut. Der ist so schnell der Typ. Und dann hat er noch seine zwei Roboter-Bimbos. Ja. Dynamit kommt auch noch. Ja, hier, Junge. Ups. Ja. Ja. Oh, Baby. Mit zwei Leben. Mit zwei Leben. Mit zwei Leben. Jetzt kommt wieder der Sprung, König. Was? Weg mit dir. Oh, wenn das kein Fehler war. Was war denn da ein Fehler? Äh, das ist wirklich nicht schwer. Also, das nächste Part ist so easy. Oh. Oh, diese Bomben von den Filian. Komm, komm, komm. Oh, Messermann. Zu deiner Mami. Wandsprung. Hör auf zu springen. Hör auf zu springen. Hör auf damit. Spreng an. Hör auf dem Weg. Boah, das knapp. Aus dem Weg. Komm, komm, komm. Denk. Hör auf. Ne? Wo stehst du denn hin? Haha. Du schaffst es, er schaffst es. Wenigstens bist du ein Zwischenboss. Aber jetzt, wie Spaß, ey. Nein, du musst einfach stehen bleiben Baby Ich hab keine Angst vor dir Das ist echt einfach Boah, denk, wir schaffen es diesmal wirklich Doch, na du jetzt nicht, aber später So, hier kommt er, der fucking Boss, ey, mit seinen 300 Geschütztürmen, die alle ballern Fick dich Boah, den hast du gegeben Boah, nein Aber du hast es bis zum Boss geschafft, ey Das kannst du den Kuchen backen Das kann sich nur noch um Minuten handeln Ja, ich hoffe es, ich will das Spiel endlich beenden Ich will endlich diese Last von mir haben Ich will nicht mir jede Nacht vom Wildguns träumen, ey Die wir das nicht beendet haben Ja, ich will doch den ersten verfickten Bildschirm mit vollem, kompletten Leben Nein Das ist einfach unbelievable Nein Ja, hier ihr Motherfuckers Komm, mach ihn tatsächlich Sie sehen, die bin ich gleich am Anfang sofort im Minigun Ja, komm hier, zweiter Bildschirm noch Ja Komplett voll aufgelandet Nein Watch out, watch out Geht doch Oh, bald können wir alle Gegner aus, wenn nicht woher die kommen Nein Nein, nein, nein Boah Das war da in der Mitte, ne? Ja Als ich meine Bombe benutzen soll Boah Nein Du kümmerst dich nicht um deinen, da hast echt's, denk Ich verarsche, Mann, das Teamspiel, das ist mir doch egal, wie wir abballern, weil ein Panzer Ich kann mich nicht um meine Seite, wenn ich verarsche, wir müssen taktisch hier vorgehen Denn Wir müssen taktisch hier vorgehen Wirklich nicht damit? Was war das denn? Das meine ich, das heißt, du schießt mal schnell Achso Also meistens Komm, bring mich um, Mann Lass mich mal kurz testen, mach mal kurz Stopp und guck mal, wie die Aufnahme war Was? Ja, lass mich mal kurz testen, ich will mal eben sehen Okay